Jamba Art. Aber jetzt wird erstmal Valon gezockt, oder? Ich hab Bock. 1 Art, 1 Art. In the smoke left. Alright, we got him, we got him. 1 Art still, 1 Art still. 1 flowers. Dankeschön Rika. Dankeschön Turtles. Insane guys, Warblade. Wir alle nur Classic gehabt. Hmmm. Let's go. Let's go, let's go. Und, solange du das nicht kaufen kannst, sollte man Econ und da geht dann auch mal ne Sheriff oder so. Das ist dann okay. Okay. Machen wir einen Lykaner, wie geht's ihr? 1 Art, 1 Art. 1 HP Viper, 1 Bullets. 1 HP Viper, 1 Bullets. 1 HP Viper. 1 HP Viper, 1 Bullets. Gehen wir mal wieder zurück. Uh, nice. Ha. Nice shot. Danke dir. Danke dir. Dankeschön Dead Dolls für deine 12 Monate. Diges Wettes. Dankeschön für dein komplettes, ja, deine Supporters, du. Geiles Stück. DNA. Danke dir. Ja. Oh. Moin Minimo, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, ich spiel den Landslide Build gerade. Kennst du den Lykaner mit dem Herz? Ich denke, Main ist 1. Ah. 1 Art. 1 Art. 1 Art. Oh. Oh. Backside. Nice. Krass. Aber, aber um mal eine andere Seite zu zeigen, Lykaner, hätte ich echt Bock, deinen, äh, ob, ob, meinst du, du könntest mir Footage zu schicken, mit Gear und Talente und so, über die du mal rüber hovers, dass ich mal einen anderen Druiden Build zeigen kann? Äh, und du hast dir einen neuen Rechner gegönnt. Herzlichen Glückwunsch, Lykaner. Beste Feeling ever. Kyungi, moin allen. Wunderschön. Hallöchen. Ah, nice fight. Nice fight. Nice fight. Seid ihr wieder mit der Rank? Ich hab übrigens gestern nicht in Ehren gehalten. Wir haben beide Runden auch mal bekommen bei Premiere. Scheiße. Äh, nicht eingespielt als Team, da sind, ich hab schon, ja, nachrichtig geschwitzt, so. Und Achim ist da gar nicht vorn angetan, von dem Geschwitze. Ja. Ja. 3 mit. Ja. 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 Ja, ja. Das ist mein Problem, Leute. Unser Phönix ist so kommunikativ, ich finde es so schön gerade. Ich habe eine Reveal. Ah, da ist eine. Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Mein Bad, mein Bad. Das ist eine Treppe von Timmel. Nice, Astra. Nice. Oh, Gott, nice. Ich habe hinten. Easy. Ja, stimmt. Wie habt ihr denn sonst so gespielt, Chat? Wir liefen denn die Runden bei euch, bei Premiere? Ja. Haltet ihr Spaß? Backside, Backside. Nice, well played. Na gut, 20 ist ja immortal oder nicht? Also letzte Division habe ich 20 gespielt und wir sind bis ins Finale gekommen. Ach so. Oh, moin. Ist noch besser. Ja, ich denke, Trifio und durchziehen, den Durchschnitt halt ein bisschen runter. Come on, let's go! I'll find you. Well, you find it! We're human children. Bring them down. Oh, Latton B. One, backside two link. Ja, aber ich denke, wir können planten, oder? Ja, ja. Just go ahead and plant, Leute. One behind, one behind. One behind. One behind. There! One holt, holt. Maschallah, aber kriegen wir schon in. Ja, ich kann sie holen. Warum traut sich niemand? Wir sind Full-Dia und Division 16, wenn ihr mit Ascendant immer einen drüber seid, das wird doch hart was. Du bist von allen Leuten, die ihre Hilfe angeboten haben, hast du einfach am meisten gehustelt. Er hat einfach drei Guides aufgenommen Tomokari. Ist ja auch einfach sein Game, ne? Ja, er fühlt's. Dann könnte er aber heiraten. Ja, das freut mich. Das ist... Das ist echt kacke für uns geplattet, ne? Ja. Ah, ist die Tange? Das ist gut. Niiiice, well played. Ja. 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 Let's go! Nice. Go, go. One arch. Bring them down. With our arms. We got it planted. Hulk out! One enemy remaining. Last CT. Or water. I think I'm coming out. I can't see her. Nice, nice. But you have aimbot. So must that be, man. The volume was before I looked at, about 80 million clips. So, that's actually good. Ah, two is two waiting here. Lol. The Remnants 2, ja. Es ist ein geiles Game. Ich brauche auch deine Einschätzung, weil ich habe das Gefühl, dass den Build, den ich spiele, ich meine, ich bin noch nicht bei den Nightmare Dungeons angekommen, dass ich sagen kann, dass ich mir zu 100% sicher bin. Aber den Build, den ich derzeit spiele, fühlt sich nach Est hier an. Und da du mit Seracs diejenigen seid, die, glaube ich, mit Abstand am meisten suchten aus unserer Community, würde ich super gerne mich jetzt auf 70 spielen. Wir machen heute Abend ja auch nochmal zusammen weiter. Wir machen ja auch die Guides und so. Damit wir, ähm, damit ich mal gucken kann, wie weit ich kommen kann. Weil ich will jetzt natürlich auch schauen, wenn mit der nächsten Season die Leaderboards kommen, will ich natürlich auch die eine Skillung haben, mit der ich halt am weitesten pushen kann. Nice timing. 55, okay, dann sind wir ungefähr gleich. One is close right, close right, one. One more fli- Uh, secret one. No, hard. One flower? Where are you? Last player standing. Ah! My bad. Ja. Moin, Seracs, mein Lieber, wie geht es hier? Hier. Can you please smoke here, Astra? Oh, nevermind. Onside one. My ult is ready. Find you. There for now. Blinded. Here. Time's hot. We love you. We love you. Check them! Bring them, then. Post. Mark through. Mark through. One elbow. Down. Or plank. Spike down. B. I have the spike. I have the spike. Ah, 120 on our chamber. Oh, wo ist Nett, this guy. Last player standing. Let's try I think it's B Yeah B B B steps a lot They didn't push I don't have a heart I don't have a heart One main One main One mid Delayed One on side On your left Maybe just smoke The spike Nice Warplay I have yesterday my massage Gerät wieder raus geholt Alter Schön den Nacken durchmassieren lassen Holy shit Ich sag dir Tomokari Im Alter Beste was du tun kannst Double Dock I'll find you One double doors One top mid Don't pick anymore Go back There is two guys mid Yeah One main One A main Nee der Patch hat das Game nicht kaputt gemacht Nee nee Diablo macht Spaß Ich bin grad sehr happy Nice Nice Easy peasy for you Easy peasy for you Easy peasy for you Easy peasy for you Oh yeah man I love equal frags I love equal frags Nothing mid I think it's B right? Here Cancel here Here Cancel here Hmm I go back I'll find you Ja wir Deutschen regen uns immer auf und beschweren uns Nach einer gewissen Zeit ist wieder alles okay Riot wird gar nichts tun Nein warum sollten sie Okay nice Und vor allen Dingen was sollten sie tun? Gar nichts Spiel ist was es ist Die können ja nicht mehr Punkte geben oder so ne Scheiße Ist ja ehrlich gesagt kein großer Unterschied zu anderen Hard Resets generell kann man ja darüber diskutieren aber ich hab noch nicht ganz verstanden was diesmal so anders sein sollen Das Aaaaah I wiffed there Holy hell Danke für deine 11 Monate Viel viel lieben Dank für den fetten Support man Dankeschön Ich muss mein Fenster aufmachen aber ich Trag keine Rose Leute Ich kann jetzt nicht aufstehen oder? Warte ich versuch So warte Ah, ihr habt nichts gesehen. Ah, voll in den Fuß gestoßen, Alter. Ah. Aua. Ach, du bist der Killjoyner, dann haben wir es ja doch gesehen aus Versehen. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht. Ah, ha, 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 ha. Hoppala. Cool. Aber Manscaped Boxers wären eigentlich ganz gut, gerade. Du hast noch Kapazitäten. Hört sich gut an, Sir Rex. ach man maybe you can ult from art i don't know we don't know if there's one right there's another one nice you're legends let's go man let's go ah schönes ding gebaut wie kann ich mir das vorstellen yeah one double doors oh is der süß was der riecht nach pizza der controller dann oh der braucht zwei schüsse astra sky is out last is out easy peasy riesen das ding mit der nach riechen jetzt habe ich verstanden riechen kappa die ganze letzte woche war bei uns relativ blick das ist halt ich mag das ja auch nicht diese ultrahitze ich hab hier ah one more arch one a main Tomokari! Was ist los bei dir? Oh mein Gott! Ich will mich verkaufen. Kannst du mir auf Ebay... Huch! Also das war... Ne, ne, ne. Wir haben noch einen Smog. Nice. Vielleicht pop den Smog? Du kannst ult. Dann nicht, dann nicht. Nullte nicht. Nullte nicht. Nein, nein, nein. Ich will so hart. Okay, 1 Niko. Oder ich denke... Können wir ihn kaufen? Ich weiß nicht. Wo war das? Einer double los. Hast du gehört? Bring them down. Okay, man. One could be mid. Enemy spot in base. Let's run begins. Welcome to my world. Pulling the mid. My ultimate. Five down, B. One over four. Nice. One over four. Nice. One is here, and one is there. One over four. Let's run back. Let's run back. Let's run back. Let's run back. Three down, 30 seconds left. Fight plan, tier. Last player stand. So one here, one there. One enemy. Last elbow. Last elbow. Come on, lift. Go! No charges left. er hätte glaube ich mit der wall half defusen können weiß ich nicht das war ein mailans krass ha 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 gg well played have a nice day guys geil alter auf den griechischen inseln gibt es gerade überall waldbremde weil die stellenweise 45 grad haben ist ja nicht so dass ich in drei wochen mein urlaub auf roda geplant aber alter